Ja, alter! Ey, Digga! Mein Jet ist weg! Nichts, wow, scheiße! Zocke! Olek, Olek! Alter! Jonas! Auf mir, auf... Auf mir, auf... Naumann! Guck mal bei mir, Alter! Bei mir steht das Flugzeug auf der Motorhaube! Das ist nicht witzig! Ah, jetzt ist das weg, Alter! Diesen Wichs... Ja, okay! Was geht's da hin? Zocken! Zocken! Ey, Jonas! Was? Ich tu das nachher bei Facebook posten, ne? Da ich online bin! Mal gucken, wie ich mir zugucken könnte! Das wäre auch für dich eine gute Idee, Alter! Ja, ich hab 200! Der Skub, du hast grad Bombe gesagt, Alter! Jetzt brauchst du nicht zu behaupten, dass es so ist! Wie heißt das Wort? Hehe! Jonas! Ja! Ein tickende Zeitbombe, wie du bist! Oh! Fuck! 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 Woah! Ich bin verreckt! Oh, Leute! Das gibt's nicht! Ich bin verreckt! Ey! Digga! Ich hab einen Zuschauer, ey! Äh! Leute! Diese scheiß Taxifahrer! Wer ist da am gucken? Schreibt mal in die Kommentare! Ja! Der ist wieder auf der Eingang! Boah! Ey, Jonas! Du musst doch Hausaufgaben machen! Denk dran! Ja! Du lab! Was du... Oh! Ja! Du auch! Du zockst! Hehe! Wie viele Zuschauer hast du? Du lab! So scheiße! Ich auch! Ja! Ich will es viel, gell! Wie heißt denn du bei YouTube? Ja, warte! Ich muss... nochmal... Gucken! Ey, Jonas! Schick mir mal... Schick mir mal... Schick mir mal die Link davon! Ich hab dich abonniert, aber ich hab keine Anmeldung gekriegt, dass du nochmal am Zocke bist! Boah! 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 Oi! Boah! Ja gell! Tja, gell! Wir hören uns um Hetzels! Boah! Boah! Hey, Jonas! Du hast hinter... Boah! Scheiße! ich sehe dich du hast null zuschauer knallt einfach die leute ab ja ich habe scheiß jetzt 2.0 wie wüsste gerne ich muss dir erklären wenn wir offline sind es kompliziert war ich weiß ja stimmt wie bis heute erst 50 geworden doch das stimmt ich schlafe die makkelscheine scheiße ausgleich zu blöd zu machen ich bin gelett ab die spätig tralala jonas ich bin franz herr gut da weiter du bist so psychisch der hat selbstmord gemacht ne noch nicht zu festen mit polizeiauto noch auf die öfter falsche fahrbahn oh hat tatsächlich hat er da geknallt ne da gucke ich gar nicht du hast du hast du hast mir gesagt ne ich gucke mir habt ihr bock drauf sehe ich nicht ich sehe nur schwarz ich sehe nur schwarz die flore was gar nicht film ist korrekt das war es jetzt mit dem live video so